Dieser Tag wird bestimmt toll. Ich werde mit einem gesunden Frühstück starten. Ups. Manchmal wache ich gut gelaunt auf. Ich habe gut geschlafen, aber seht euch mal meine Frisur an. Oje, die Haare sind aber zottelig. Was soll ich machen? Macht folgendes. Schneidet ein Stück von einer zerrissenen Nylonstrumpfhose ab und macht einen Knoten. Setzt die elastische Mütze auf euren Kopf. Jetzt könnt ihr ruhig schlafen, ohne dass ihr euch um eure Haare sorgen müsst. Ihr könnt sogar das Kissen auf euren Kopf legen und dreht euch so viel ihr wollt. Am Morgen sehen meine Haare immer noch super aus. Ich liebe meine Lieblingsröhren-Jeans. Ja, aber eine super enge Jeans anzuziehen ist gar nicht so einfach. Ihr bleibt oft stecken. Sie sind einfach zu eng. Das ist Feuter. Aber wir wissen, was ihr machen könnt. Ihr braucht eine Plastiktüte. Zieht sie über euren Fuß. Die Jeans könnt ihr so super bequem anziehen. Und ihr habt die Jeans in nur einer Sekunde an. Hi, Justin, wir haben ein Problem. Meine Schlüssel fehlen. Wo hab ich die denn hingelegt? Ich hab sie verloren. Ah, hier sind sie ja. Ich will sie nie wieder verlieren. Ihr braucht eine Wäscheklammer und Heißkleber. Tragt etwas Kleber auf die Wäscheklammer auf. Befestigt sie am Türrahmen. Und hängt die Schlüssel an die Wäscheklammer. So werdet ihr sie nie wieder verlieren. Oh Mann, das Küchentuch ist nach der Wäsche immer noch schmutzig. Es gibt einen einfachen Lifehack. Ihr braucht Geschirrspülmittel. Tragt ein wenig auf die Flecken auf. Legt das Handtuch in eine Plastiktüte. Und legt die Tüte für ein paar Minuten in die Mikrowelle. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber wenn ihr das Tuch rausnehmt, sind die Flecken fast weg. Jetzt müsst ihr das Handtuch unter fließendem Wasser reinigen. Ein perfektes Ergebnis. Ohne teure Fleckenentferner. Ich liebe meine langen Haare. Oh nein, was ist das denn? Kaugummi? Muss das jetzt sein? Nehmt die Schere nicht raus. Das wäre erst der allerletzte Schritt. Es gibt eine Lösung. Ein Gefrierschrank kann euch helfen. Legt die Haarsträhne in das Gefrierfach. Ich weiß, das nervt, aber ihr müsst jetzt erstmal warten und durchhalten. Aber die Haarsträhne ist gerettet. Wenn der Kaugummi gefriert, löst er sich vom Haar. Und eure schönen langen Haare sind gerettet. In der Küche weint man sehr oft. Wenn ihr zum Beispiel Zwiebeln schneiden müsst. Ah, meine Augen. Man kann einfach nicht anders. Aber wir wissen, was ihr machen könnt. Ihr braucht Kerzen. Aber nicht für einen romantischen Abend. Zündet sie an. Die Flamme der Kerze zieht den Dampf an. Und so werden eure Augen auch nicht gereizt. Und ihr könnt jetzt leicht Zwiebeln schneiden. Ohne zu weinen. Und hier ist noch ein nützlicher Hack für die Küche. Ihr braucht eine Pappröhre. Schneidet mit einem Cutter ein rechteckiges Loch aus. Legt dann eine Müllbeuterolle hinein. Führt den äußersten Beutel durch das Loch. Und legt die Röhre in den Mülleimer. Befestigt dann den Müllbeutel. Und wenn der Müllbeutel voll ist, könnt ihr ihn einfach abreißen. Und der nächste Beutel wartet schon. Das ist ein sehr nützlicher Hack. Und als nächstes braucht ihr eine Plastikflasche. Schneidet den Hals mit einem Cutter ab. Schneidet den Rest mit einer Schere zu einer Spirale. Jetzt braucht ihr einen Kleiderbügel. Legt die Plastikspirale darauf. Das ist ein großartiger Trockner für Socken. Hängt die Socken direkt an die Ringe. So viele Paare können gleichzeitig raufpassen. Wow! Wir gehen zurück in die Küche, wo eine weitere Idee auf uns wartet. Ein Duodios F-Geschirr-Trockner? Ja, es ist einfacher als man denkt. Für diese Idee braucht ihr ein dickes Plastikrohr. Schneidet das Rohr mit einem Cutter der Länge nach in zwei gleiche Teile. Ihr braucht die Hälfte davon. Zeichnet ovale Löcher. Erhitzt dann den Cutter über der Kerze. Und schneidet dann die Löcher aus. Die Geschirrablage ist fertig. So braucht ihr nicht extra eine neue kaufen. Aber es gibt Situationen, die man nicht so einfach lösen kann. Zum Beispiel, wenn ich mit meiner Freundin quatsche und dabei Tee trinke. Und plötzlich bemerke ich, dass die Natur wieder zuschlägt. Oh nein, ich habe ein Problem. Meine Periode macht mich verrückt. Muss das jetzt sein? Mein Hand wird mich in dieser Situation retten. Wenn man mehrere Schichten anhat, ist das nicht nur ein modischer Trend. Zum Beispiel kann euer zusätzliches Hemd die unangenehme Situation retten. Legt das Hemd um eure Hüfte. Befestigt einen Teil der Knöpfe und lasst sie am Kragen aufgeknöpft. Bindet dann das Hemd mit den Ärmeln fest. Und formt eine schöne Schleife. Ihr erhaltet einen Stil von Rock. Und alle Probleme sind versteckt? Jetzt könnt ihr euch entspannen. Manchmal kommt es vor, dass eure beiden Lieblingssachen einfach nicht zusammenpassen wollen. Zum Beispiel Schlagjeans und hohe Stiefel. Sobald ihr die Stiefel anzieht, sieht das nicht besonders gut aus. Was soll man da machen? Ihr braucht dicke, hohe Socken. Tragt sie direkt über der Jeans. Und wickelt die Jeans fest um die Waden. Jetzt könnt ihr die Stiefel anziehen. Wow, als wären es Röhrenjeans. Ein sehr guter Trick. Die Zeit vergeht schnell, während man sich unterhält. Wir haben unsere Pepsi ausgetrunken. Oh, und die Flasche ist auch schon fast leer. Oh nein, das war ein Fehler. Ich hab mir was eingegossen und hab meine Freundin total vergessen. Naja, wir können uns das Glas ja teilen. Oh, jetzt hab ich auch noch die Pepsi verschüttet. Das muss doch nicht sein. Es gibt doch Strohhalme. Leg deinen Strohhalm in das leere Glas. Und das gebogene Ende sollte zu dem vollen Glas zeigen. Heb das Glas. So kann auch nichts mehr daneben gehen. Hey, tolle Idee. Oh, meine Haut juckt. Das macht mich noch verrückt. Und jetzt hab ich auch noch einen Ausschlag. Seit wann bin ich dagegen allergisch? Aber meine Freundin wird mir natürlich helfen. Ihr braucht klaren Nagellack. Tragt es von innen auf. Und der Lack sollte erst mal trocknen. Das Metall berührt nicht mehr eure Haut. Und ihr könnt die Allergien vergessen. Wir kennen auch einen Trick für verknotete Ketten. Nehmt etwas Babypuder und tragt es auf die Kette auf. Reibt es dann vorsichtig ein. Nach und nach wird die Kette entwirrt. Cool, es ist ein Wunder. Eine Kette ohne Stress entwirren? So könnt ihr es schaffen. Dieser Lifehack ist für euch gedacht, wenn ihr nicht zu viele Sachen tragen möchtet. Ihr braucht eine Jacke und einen Tonbeutel. Dreht den Beutel um. Legt ihn von innen auf die Rückseite der Jacke auf. Näht es dann zusammen. Und danach braucht ihr einen Klettverschluss. Tragt Heißkleber auf die obere Seite auf. Und klebt den Klettverschluss darauf. Näht den zweiten Teil des Klettverschlusses auf die Rückseite. Fertig. Oh, ist das kalt. Zum Glück habe ich eine warme Jacke in meinem Beutel. Ich ziehe meine Jacke an. Und befestige den Beutel mit dem Klettverschluss an der Rückseite. Und meine Hände sind frei. Und für den nächsten Lifehack braucht ihr einen dünnen Metallbügel. Biegt es an mehreren Stellen mit einer Zange. Und ihr erhaltet einen Toilettenpapierhalter. Ihr könnt es dann an einen Haken hängen. Das ist mal eine andere nützliche Idee. Liegen eure Fahnspulen überall rum? Das passiert mir immer. Ihr braucht eine rechteckige Schachtel. Und Holzspieße. Macht Löcher mit einer Ahle. Führt die Spieße in die Löcher ein. Und deckt alles mit Sprühfarbe ab. Jetzt könnt ihr die Spulen einsetzen. Euer Organiser ist fertig. Das ist doch schon viel besser. Winter, Mützen, Pullover, Schals. Hallo, statische Elektrizität. Das ist Feuter. Und wenn ich meine Haare bürste, wird es nur noch schlimmer. Ich habe eine Idee, die euch helfen kann. Ihr braucht ein feuchtes Tuch. Legt das Tuch auf eine Bürste. Und stecht das Tuch mit den Borsten durch. Jetzt könnt ihr eure Haare bürsten. Und sie bleiben so schön glatt. Wow, toll. Wenn doch nur alle Probleme so einfach gelöst werden können. Wie fandet ihr unsere praktischen Lifehacks? Schreibt uns, welche Idee ihr noch nicht kanntet. Wir sind gespannt. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.